Hallo, hier ist Ralf Möller und ich unterstütze den LR Global Kids Fund. Heute sehen wir, wenn wir den Spiegel sehen, immer nur uns. Und ich möchte, dass ihr hinter diesen Spiegel schaut. Da gibt es viel zu tun, heute sehen wir. Unsere Kinder, unsere Zukunft, ist das Wichtigste, was wir haben. Diese Kinder brauchen unsere Hilfe. Und ich bitte euch, dem LR Global Kids Fund zu helfen. Nicht nur mit Geld, sondern auch mit Zeit. Shell up, give hope. Das Eiweiß. Ja, mom... nameatrem ... 1 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018